In den tiefen Wäldern von Wiesenbach verbarg sich ein Geheimnis, das die Bewohner des Dorfes seit Generationen umgab. Ein altes Märchen erzählte von einem verzauberten See, der angeblich tiefe Wünsche erfüllen konnte, aber nur zu einem hohen Preis. Eines Nachts wagte sich Lukas, der wissbegierige Schäferjunge, allein in den Wald. Er hatte von dem See gehört und war entschlossen, sein Schicksal herauszufordern. Als er den glitzernden See erreichte, erschien plötzlich eine mysteriöse Gestalt aus den Nebeln. Es war eine Waldfee, die Lukas vor der Gefahr warnte, die der See barg. Doch Lukas, fest entschlossen, seinen größten Wunsch zu erfüllen, ignorierte die Warnung und tauchte in den See ein. Sofort wurde er von einer dunklen Kraft ergriffen und in die Tiefe gezogen. Als er wieder zu Bewusstsein kam, fand er sich in einer magischen Unterwasserwelt wieder, die von gefährlichen Kreaturen bewohnt wurde. Verzweifelt suchte Lukas nach einem Ausweg, als plötzlich ein glänzendes Licht am Horizont erschien. Es war das verletzte Rehkitz, das er einst gerettet hatte, und es führte ihn durch die Gefahren der Unterwasserwelt zurück an die Oberfläche. Mit neuer Entschlossenheit kehrte Lukas zum Ufer des Sees zurück, wo die Dorfbewohner bereits nach ihm suchten. Er erzählte ihnen von seinem Abenteuer und seiner Erkenntnis, dass wahre Wünsche nicht durch dunkle Magie erfüllt werden können, sondern durch Mut, Freundschaft und das Vertrauen in sich selbst. Von diesem Tag an wurde Lukas als Held verrehrt, der das Geheimnis des verzauberten Sees enthüllt hatte, und die Dorfbewohner wurde im Einfluss der dunklen Magie bewahrte. Sein Abenteuer wurde zur Legende, die noch lange in den Herzen der Menschen von Wiesenbach weiterlebte.